Wenn man hier bei den Sportlern vorbeigeht, dann hört man nicht nur U und A, weil sie eben schon so fit sind, sondern man hört auch immer wieder einen Satz, den sie sich vorsagen. Und Psychologen meinen, dieser Satz ist überhaupt wichtiger als Kraft und der heißt, du schaffst es. Eine, die es schon lange geschafft hat, ist jetzt bei uns zu Gast. Begrüßen Sie mit mir Juliane Werding! Einmal dieser Tag Grelles Licht im Bad, das wirklich keinen mag Zu spät Zur Bahn Und im Büro Da setzt Der Stress Sich gleich Dazu Augen zu und durch Du schaffst es Alles, was du willst Du machst es Wenn ich du bitte Du schaffst es Irgendwie Mittags in der Post Ein Liebesbrief von der Bank Der Computer gibt auf und wer klug ist, feiert heut krank Halb sechs Der Chef Der Chef Sagt tut Mir leid Doch wer Hat heut Vielleicht Noch Zeit Augen zu und durch Augen zu und durch Du schaffst es Alles, was du willst Du schaffst es Du machst es Du machst es Wenn ich du will, dann Du schaffst es Irgendwie Augen zu und durch Und durch Alles, was du willst Wenn ich du will, dann Wenn ich du will, dann Du schaffst es Augen zu und durch Augen zu und durch Du schaffst es Alles, was du willst Du machst es Wenn ich du will, dann Du schaffst es Irgendwie Augen zu und durch Du schaffst es Alles, was du willst Du machst es Wenn ich du will, dann Wenn ich du will, dann Wenn ich du will, dann Du schaffst es Irgendwie Augen zu und durch Augen zu und durch Augen zu und durch Alles, was du willst Du schaffst es Du schaffst es Applaus Applaus Vielen Dank.